Uiuiui Zurück zu Fifair 14 Fifair, genau, Fifair Und zwar gegen Galatasaray Dieser... Weiter Und zwar Ja, müssten schon Äh, vorher einen Verletzten Austauschen Bei mir ist das Spiel schon mehrmals abgekackt Beziehungsweise, einfach Internet weg Einmal Spiele abgekackt Ja, kackt Internet Ups Ja gut Keine Ahnung Ich hatte schon mehrere Versuche das Ding hier aufzunehmen Deshalb ist da schon ein verletzter Spieler Nicht mehr Sondern In der Reservemannschaft Gut Wobei die letzte Aufnahme eigentlich ganz gut war Bis das Ding denn meinte, nö Du darfst nicht weiter spielen Okay, es geht aber jetzt einfach weiter Und versuchen es einfach genauso hinzukriegen Wie beim letzten Mal Was ihr ja leider nicht gesehen habt So Ja Ja Im Moment sieht's nicht danach aus Also ich kann euch sagen, es waren ganz schnell hintereinander irgendwie Zwei Tore Für mich. Aber wir fangen ja jetzt eh wieder bei Null mit an. Hoppa. Jo. Ich könnte schon fast denken, ich habe mich hier irgendwie vorbereitet. Dabei bin ich eher schon eingespielt. Obwohl es, glaube ich, auch keine 20 Minuten gedauert hatte, von der Spielzeit her. Obwohl das Ganze auch schon etwas länger wieder her ist, weil ich ein bisschen Pause gemacht habe. Ui, 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 ui. Und? Da musst du erst mal hinhechten. Komm, den kriegen wir wieder. Wow. Tor. Pofu. Neunte Minute. Ne, äh, zwölfte Minute. Ja, sowas ungefähr auch. Beim letzten Mal. Krass. Oh, die Fans, die sehen ziemlich verpixelt aus. Gut. Man kann bei dem Spiel auch nicht auf alle Details achten. So, mit O. Na, komm, komm. Ja, abseits. Das kann auch nicht immer klappen. Okay. Äh, irgendwie sind die Gegner aber auch stärker geworden. Es ist ja auch das Finale. Ey, der Ball ist drin. Aber Hauptsache, Controller hat vibriert, als das Ding erst mal gegen den Pfosten geknallt ist. Also, der Ball. Wo es ja gar keinen Sinn macht, warum denn eigentlich der Controller vibriert. So rein logisch eigentlich. Wir sind ja nicht der Pfosten. Ja, das konnte ja nichts werden. Weil FIFA ist irgendwie nicht so mit gleicher Höhe. Und da rennen wir durch. Auf alle Fälle ist es schon mal enger, als bei dem Versuch des Aufnehmens, sozusagen. Als das Spiel sich ja dann auch beendet hatte. Hm? Was war da jetzt schon wieder? Ich war noch auf der eigenen Hälfte. Komm. Klar, die anderen waren nicht auf der eigenen Hälfte, aber trotzdem. Viel Kontrolle habe ich denn auch nicht darüber, wo die hinrennen. Deshalb ist das irgendwie ein bisschen Quatsch. So ein bisschen. Was war das denn? Ein Wurf. Na. Ich fühle mich leicht veräppelt. Aber nur leicht. Lass mich an den Ball. So. Was war das? Hä? Was war das? Komm, renn. Rennen einfach. Und jetzt mach ein Tor. Mach einfach ein Tor. Das gibt's doch nicht. Hallo. Ich krieg den Ball aber auch nicht weg. Komm, Schiri, pfeif ab. Ich hab gesagt, pfeif ab. Gut. War ja schlimm genug. 1 zu 0 zur Halbzeit. Einfach weitermachen. Übrigens war der verletzte Spieler eh einer von den Auswechselspielern. Aber den musste ich dann halt in die Reserve schicken. Ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, welcher das war. Könnte ich ja vielleicht nochmal danach gucken. Vielleicht ist er ja noch verletzt. Oder man sieht's im letzten Part. Nein. Nein, 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 nein. Was war das denn für ein Gemetzel? Das ist mir denn abseits auch egal. Nein. Da geht kein türkischer Spieler ran. Wobei, die müssen ja nicht mal Türken sein. So, 2-0. 56. Minute. Tracy. Wir werden's schon gewinnen. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Was machen die denn da? Mal spielen die mir den fast zu. Und dann nehmen meine den komischerweise wieder ab. Also, beziehungsweise nehmen sie den wieder ab. Also meine geben denen den Gegner ab. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Irgendwie ist das Spiel immer etwas komisch. Keine Ahnung, ob's daran liegt, immer wo die stehen. Oder an dem Schwierigkeitsgrad. Oder weil ich zu inkompetent dafür bin. Nein, meiner kriegt den nicht. Also, ich schlussihe. Oh, nein. Oh, nein. Was machen die da? Das versteht doch wieder mal keiner. Bye bye. Ja, ja, sollen die tauschen, mir egal. Ich tausche nicht. Kein Bock. Ich renne jetzt durch. Okay, der eine Spieler steht da blöd rum. Ist wahrscheinlich auch noch verletzt. Ich werde wahrscheinlich diesmal das Team einfach danach schon mal einigermaßen so hinstellen, damit da keine verletzten Spieler drin sind. Und schieß ab. Dann sieht man es wenigstens auch mal, wenn da jemand verletzt ist. Guck mal, da ist Westlich Snyder. Jetzt nicht mehr. Und der ist Holländer. Also meine spülen komisch irgendwie. Wieder vibriert. So. Kopfball. Was machen die da? Ja, das war klar jetzt. Erst den Ball nicht richtig kriegen und dann so einen Schrott machen. Komm Schiedsrichter, pfeif ab. Wir haben gewonnen. Das reicht. Der Sieg ist unsatt. So. Geht doch. Jetzt kriegen wir einen Pokal und dürfen uns freuen. Kriegen wir wirklich noch einen Pokal? Ich denke mal schon. Auf alle Fälle freuen die sich. Na? Yay. Feuerwerk. Feuerwerk. Wow. Also die Trikotfarben mit den Socken, das passt doch alles nicht zusammen. Das muss man schon sagen, dass das nicht zusammenpasst. Aber einen Pokal kriegen wir trotzdem nicht. Na ja, gut. Toll, da sieht man's. Wir haben den Beginnerpokal gewonnen. Und 500 Münzen und ein Mein-Verein-Set. Yay. Da sehen wir's nochmal. Team des Turniers. Boah. Okay, weiter. Wie viel Münzen haben wir denn jetzt schon? 2232. Krass. Wenn wir das jetzt nochmal spielen würden, ein Bronze-Verträge-Set, 300 Münzen. Hm. Nee. Das ist Level 2 erreicht. Wow, ich hab Level 2 erreicht. So, dann gehen wir mal in den wunderbaren Shop der Shops. Zwölf Objekte, um deinen Verein zu individualisieren. Vier Bronze, vier Silber, vier Gold und ein seltenes. Mal gucken. Uhu. Wappen. Neue Objekte. Füge dem aktiven Team Spieler hinzu. Mit dem aktiven Team. Transferliste, sie auf die Transferliste zu verkaufen. Vereinsende sie zum Verein für später. Okay. Also erstmal gucken. Was haben wir hier? Trikots. Allmas. Und zwei Wappen. Hm. Gut. Bei den Wappen, das sieht man auch nicht gerade besser aus. Trikot. Dann nehmen wir mal hier Estadio. National. Hm. Genau, das ist mir schon klar. Und bei den Trikots, dann nehmen wir mal das von Werder Brehm. Und Wappen lassen wir unser erst, unser jetziges erst mal. Das Rest packen wir auf die Transferliste, denke ich mal. Wow. Ich meine, wir haben ja noch genug Platz. Ich glaube, man könnte es auch schnell verkaufen, aber... Man kann es auch erst mal so lassen. Okay. Gehen wir hier wieder raus. Wir haben bis jetzt noch nicht verloren, auf der Statistik. Das ist schon mal gut. So, dann gucken wir unsere Mannschaft an, ob sich jemand verletzt hat. Hier, dieser... War doch irgendeiner, der sich verletzt hatte. Hier, dieser Boya Baston. Der hat sich ja irgendwie... wieder rausgespupst. Das sind eigentlich viele Spanier. Warum fangen wir die hier nicht irgendwo rein? Hm. Wir sollten vielleicht denn das... dementsprechend so ein bisschen anpassen. So. Ta-dam! LV passt ja... hier rein. IV passt... hier hin. Und ST passt noch ganz gut nach... vorne. Also ich bin gut im Team zusammenbauen, das kann ich euch schon mal sagen. Gut. Lassen wir das erst mal so. Oder haben wir noch irgendwo was? Haben wir noch ein... LM? Ne. MNX kriegt. Wären wir nur so kack gekriegt. Naja. Äh, zurück. Lassen wir es erst mal so. Alles klar. Beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle hier weiter. Bis dahin. Und Arifiderci. Ciao, ciao. Bye, bye. Auf Wiedersehen.